das ist natürlich schon ein bisschen komisch wie sagt mir mir fehlt ja auch mir fehlt ja auch dieser komische zettel hier habe ich doch gerade gekauft man naja weg schon irgendwo irgendwann irgendwie finden so dann habe ich aber wenn ich das jetzt geholt habe erstmal alle gepressten blumen dann kriege ich eine neue farbe dazu immer schön auf die map gucken ob hier nicht irgendwo irgendwo irgendwas ist irgendwie oder ist ein verbrechen die verbrechertöten sagt sagt das gar keine chance beziehungsweise so die bolzen sind voll ich habe mal jetzt hier eigentlich eine frage ich muss mal auf wo waren das jetzt inventar glaube ich und bei upgrades da habe ich alles ja sie zählt also für alle mal gucken hier dann kann ich auch die farben halt dann auswählen dann kann man natürlich hier was schönes machen wenn man geld hat geht hat aber ich bin blank weil ich mir gerade die karten geholt habe so leute guckt man sich da auch sehr wenn ich jetzt nach genau nach oben gucke da sehe ich doch hier genau da ist doch ein glitch das ist der youtube muss also ein gemeinschaftlicher glitsch sein und das irgendwo aber noch einer wahrscheinlich am arsch der welt irgendwo weil ich sehe einen noch auf meiner karte aber das ist jetzt erstmal egal ich hole mir den dann habe ich mich alle glückes glitsch ist so hätte ich auch l1 drücken können aber egal natürlich mal gucken wie ich da rankomme am klügsten also geht auch nur mit der hat er nicht oder so helix glitsch ist vollendet auch bloß 25 das ist auf jeden fall nicht viel so jetzt fehlt mir fotos weiß ich nicht wie die machen soll also da muss ich wahrscheinlich in der story noch vorankommen und dann fehlt mir auch noch dieser dieser hier und dann habe ich hier alles wie gesagt die fotos muss ja später wahrscheinlich machen damit kann ich jetzt noch nichts anfangen was instabiles gebiet ja ja das ist ja aber ganz schön weit weg ja wenn ich den foto habe dann werde ich mich mal wieder rüber glitschen zu meinen jacob mit dem spiel ich einfach lieber nicht machen und dann glück ist ganz klug wenn ich mal diese gettling mission machen da kommt sie nicht hoch doch mit mit 1 kommt so ja diese gettling mission und dann muss ich echt mal ein bisschen mehr story mission machen ich sammle und sammeln hier aber ich muss auch mal in der story vorankommen da bin ich ja fast nur am anfang da gibt ja schon viel zu tun muss man auch sagen warum weil ich weiß ja nicht ob ich noch richtig schöne gadgets kriege oder so ich dann auch was machen kann meine tag oder ein frosch im hals ist ja nicht was er da macht so springen wir ein bisschen hier ich habe hier noch einen helix glitsch auf meiner karte so ein ding was man entdecken muss das gab damals schon bei black flag in sonne entdeckbaren dinge da musste man auch was finden für die platin trophäe das war irgendwie recht doof gemacht damals aber hier geht es ja das ist ja so gleich sind wir da papier lang und dann okay hoch so den online modus haben wir jetzt komplett rausgehauen hierbei ist es in street gut hier war auch nicht so besonders auch koop fand ich das eigentlich nicht so cool hat auch nicht so einen spaß gemacht braucht man nicht haben wir alles richtig gemacht hier mal gucken ob ich jetzt meinen charakter wechseln kann ja jetzt geht's wobei der online modus auch gar nicht so schlecht war also weiß kein voll voll fail bei black flag finde ich ging das eigentlich musste man ja auch spielen für die platin trophäe die ich übrigens habe das einzige ist erst ins kühlt was ich platiniert habe ist black flag weil es erst ins krieg zwei habe ich zwar 92 prozent aber da war ich damals noch nicht so der trophy hunter und bei den anderen hatte ich irgendwie ja nicht so die lust drauf aber black flag war gut deswegen habe ich das platiniert so na dann wäre auch gut wenn der mal hier ein bisschen schneller laden würde ein brief für mich ja aber wo ist wo ist denn der brief kann also die mission sein oder hallo ist der gettling oder die attentat wand da ist ja nichts weiter sequenz 8 und 4 nur ja gut dann mache ich jetzt diese mission